Hallo Freunde des Paranormalen Urbecks, wir haben uns nun längere Zeit mit Paranormalen Videos zurückgehalten und ihr habt euch schon sicher gefragt, warum wir in letzter Zeit nur noch Lost Places erkunden. Aufgrund der vielen Anfeindungen wollten wir einfach mal wieder Spaß im Team haben, anstatt uns für jedes Wort auf der Goldwaage zu rechtfertigen. Doch jetzt haben wir gemerkt, wird es wieder Zeit das Paranormale zu erforschen. Unser Drang das Unnatürliche und Unerklärbare zu erforschen ist einfach stärker. An alle Hater da draußen, wir geben einfach mal einen dicken Doppelmittelfinger auf euch, denn wir sind Horror Lost Places und wir werden uns nicht von einigen Internet-Rambos sagen lassen, was wir wie zu tun haben. Wir machen unsere Videos auf unsere Art und Weise. Und wenn es euch gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, ich sag mal so, es gibt genügend andere Videos da draußen. Wir zwingen euch nicht, unsere zu sehen. Warnung, die von uns gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf einige Zuschauer verstören wirken. Ist der Geist von dem Erstochenen noch hier, weil er sich versteckt hat und sehr leise ist? Gefahr hat. Ich möchte raus. Oh nein. Nein. Oh, 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 oh. Faith is burning, heroes turning into sudden-shape creation. Heute haben wir einen Ort der Grausamkeit, der bereits durch sämtliche Medien gegangen ist. Der Ort ist bekannt für ständige Feuerwehreinsätze und zwielichtige Gestalten, die sich dort rumtreiben sollen. Doch die Tat, die hier begangen wurde, ist an Grausamkeit nicht zu übertreffen. Ein Freund hat seinen Kumpel auf dieses Gelände gelockt, um ihn dann hinterrücks zu erstechen. Ein 15-Jähriger hat den toten Jugendlichen gefunden und fotografiert. Da er mit der ganzen Tat nicht umgehen konnte und es nicht verarbeiten konnte, hat er das Bild verteilt. So wurde die Polizei aufmerksam und entdeckte später die Leiche am Fundort. Wir bitten darum, den Namen und den Ort geheim zu halten. Aus den Respekt vor dem Verstorbenen, dass dort kein Urbex-Tourismus entsteht. Wir von HorrorLostPlaces werden diesen Ort untersuchen mit größter Respekt und Ehrfurcht vor dem Verstorbenen. Darum bitte ich um eine kurze Schweigeminute aus Respekt und Ehrfurcht. Musik ist dabei und manfred und wir sind an einer neuen location ein jugendlicher ein 15 jähriger soll hier einen toten mann auf diesem melände gefunden haben und bis heute ist das alles mysteriös und ungeklärt dieser fall was hat sich hier eignet wir gehen der sache jetzt auf den grund leute wir sind reingekommen das ist echt verdammt düster und heute ist es wirklich düster auf diesem gelände sollen wir einen toten erfunden haben so leute heute haben wir auch parat nochmal die fenton 1 wieder die immer mit läuft ob wir auf diesem gelände kontakt mit dem geist der leiche finden wir es raus und leute da war eben echt extrem ausschlag ja 345 leute hier ist offen das war schon echt schon gespenstisch hier also wieder so still abartig das hat auch gehört ja leider ich höre ich die ganze schalz schon geräusch hier ich sehe nur licht auch schon kaputt wir sind jetzt in dem gebäude wo der mord passiert ist ich sehe doch im internet da gibt es sehr viele artikel bis zur decke wir brauchen so viel schalz solierung weil wenn man hier drin steht es ist ja kein echo hier das ist voll eklig gerade es ist echt so wenn du von hier reinkommst hallo und dann hier drin hallo das ist voll stumm das ist voll der unterstieg wir fahren auch den marken ja stimmt ob hier können auch die dämmen sein bestimmt sieht auch angekuchelt aus hier aber feuer ja jetzt noch ein paar mal mehrmals gebrannt hier an so steht auch im internet krypt da steht krypt warte 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 was war das hier ne ich guck wegen berät oh guck mal hier die decke guck euch mal die decke an das ist auch schallisolierung oder so ne guck mal ja dann macht man auch für schallisolierung damit der schall gebrochen wird ne die riecht auch komisch da riecht auch ein schuh oh nein was ist das ich finde das gerade nicht witzig ja ich auch nicht was ist das ein teleskop oder was keine ahnung da oben ins büro wir haben hier ne produktionshalle ich weiß nicht was genau weiß ich auch nicht simpsons bar na klar sollen wir mal hoch oder mit die tür ist offen da ist was im bock hallo da hinten ist die tür auf nee ist aber keine bist du sicher willst du die dicke lampe haben ich passe mal hier her oh wie dunkel auf einmal ist ja hier sind halt öfters auch so welche gerne bitte satanisten schaulustige simpsons fans hm tisch meine lampe macht das gar nicht in der hande guck hm jetzt sag ich nicht ein stuhl eine schränke einer ist zu zwei feuer zwei 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 ja was ist und was ist hier ne nein das ist nur weil das so weitläufig ist und weil das schallt ob wir hier alleine sind oder nicht wieso wenn einer uns gehört hat und erstmal sich versteckt hat und sehr leise ist was denn was ist Clary Clary merkt was ja warten können wir allein hat einer hallo gesagt komm ich geh da mal rein Clary guck mal der Stein die Tür soll offen sein guck mal der Stein das ist bestimmt nur die WC Anlage hier ist gar nichts kleiner Raum ich kann ja nicht mal Fotos machen ich komm nicht mal bis da hinten so jetzt gehen wir in den Raum Clary schon komisch oh wow ist das kalt hier leute kommt mal hier rein merkst du das oh ja das ist echt kalt hier drüben frisch erfrischend hier wieder eine Türe hier wieder eine Türe durch das Dörre guck mal hier sind Scheinwerfer hm ein Bügler eine Spielkarte mitschig nein normale Spielkarte dann kommen wir nicht mehr nicht da von mir Leute was kommt denn von da ein Besenstiel Spirits wo ist der Schlag ähm wenn der Motor von draußen ist da hinten was ist das denn du da reflektiert was ja was ich hab schon nichts spannendes was ist das denn hier guck mal 2007 wie kommt das denn hier hin gewahrtes Foto alles gut ich guck mal fort Hallo hier ist die Clarissa ich hab noch den Mike und den Manfred mitgebracht wir sind das Team von Horolog Places das sagt euch vielleicht jetzt absolut gar nichts aber wir möchten versuchen mit der anderen Seite Kontakt aufzunehmen und eventuell Antworten zu bekommen wir haben gehört dass hier ein Horscht gefunden haben soll stimmt das denn Hallo hier ist der Mike ich bin in Ehrfeucht und Respekt hingekommen in Kontakt mit dem Geister Welt aufzunehmen ist hier ein Mord ist hier echt was dran ist hier echt was dran ist da ist hier irgendjemand bei uns zu entfüllen oder sehen kann dann möge er sich bitte gerne mal bemerkbar machen kannst du auch meinetwegen irgendwas umschmeißen ausmschmeißen Imagine alles kommt mal alles alles das hat geklärt ich mein ich hab an die denn verstanden auf die Frage ob er macht das kann Kannst du dich bemerkbar machen? Kannst natürlich stimmen. Nicht? Nicht. In der Zeitung stand, hier soll ein 17-jähriger Junge tot aufgefunden worden sein. Stimmt das? Aber wenn das stimmen sollte, dann soll doch bitte einmal zu uns kommen. Oh, okay, okay. Nebenbei wurde auch erwähnt, dass der Junge mit einem Messer erstocken will. War das wirklich Mord? Ich frage mich einfach, wer tut sowas? Aber was war der Grund, dass ein Mensch eigentlich anderen Menschen sowas antut? Solltest du bei uns oder noch an diesem Ort gebunden sein, kannst du gerne zu uns kommen und du brauchst absolut keine Angst haben. Wir wollen ja absolut nichts böse. Ja. Ich frage mich, dass das noch bekannt wird. Ist hier noch irgendjemand bei uns sowas sehen kann? Verdammt, ja! Wer ist denn hier bei uns? Ich bin Charissa, der Maid ist da, der Lübster ist da. Vielleicht kannst du uns auch deinen Namen verraten. Ich liege jetzt mit uns. Was kommt denn? Was kommt denn? Das kann auf jeden Fall jetzt ... Und dieses Gerät kannst du mit uns sprechen. Es ist zwar laut, aber brauchst du keine Angst zu haben. Oder hier zum Beispiel, du kannst uns auch deinen Namen verraten. Ist hier eine Präsenz anwesend. Die den Kontakt mit uns aufnehmen will. Gehenne relieve. Ist hier weniger auch bei uns. Der junge, dieser Sturm ist. Was Carnage noch hier werden? oh, das war ziemlich eindeutig schnell wo ist er noch hier an diesem roten Boden? er könnte auch dieses Licht für uns flackern lassen hast du es gerade flackert? ja ok, ich habe gerade gesagt, ob er das nicht flackern lassen hat ich würde ja echt mal interessieren, wie du heisst das machen wir mal einmal und dann fängst du auf du kannst auch von den Akkus die auch kraft nehmen medial ich bin kein medium falls ihr das meint ich versuche nur Kontakt aufzunehmen das sind dann eine gute von weißer jegern aber ich bin kein medium oh ich bin schon mega eng krass das ist echt krass das war ich mir mal richtig krass 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 wart ihr das gerade? wie möglich das ist Da kann ich den Ton wieder hoch Sind hier mehreren Präsenten am Boden? Ich werde hier mit den Blumenhaut Test stammen Ich werde hier mit den Blumenhaut Ich werde hier mit den Blumenhaut Wir sehen aber... Wir sehen sehr viele. Ja, alles zu erzählen. Ich finde es echt toll, dass wir so viel reden. Aber wir können das weiter dann erst nicht zu Hause versuchen. Ist doch irgendjemand hier. Hallo? Hallo? Auf was wartet ihr? Können wir hier nicht ins Licht gehen? Wir können doch versuchen, diese Bleistifte zu bewegen. Ist das noch irgendetwas, was ihr uns mitteilen möchtet? Oh, was? Oh, Frischock. Vielleicht irgendetwas, was genau wie passiert ist. Irgendetwas, was wir uns mitteilen möchtet. Irgendetwas, was wir uns mitteilen möchtet. Er hat also noch etwas, bei welchem die sie raushebindet. Ja, ja. Ich komme auf jeden Fall ja. Ich komme mit der Stimme nicht. Finde ich? Ich komme mit der Stimme nicht. Wollt ihr uns davon erzählen, was das an der Weiterreise hindert? Ah, warte mal. Ja, ich war nicht klar. Wollen wir abgerissen können? Ja. 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 Ich bin jetzt so, boah. Wie vom Kopf gehauen jetzt gerade. Nee, reich. Wie auch immer hier ist. Vielleicht wartet ihr ja auf ein passendes Medium, um sich mitzuteilen. Ja. Und Clarissa ist einfach nicht stark genug dafür, um das zu empfangen, was er mitteilen will. Kann gut sein. Ich würde auch sagen, das reicht jetzt. Boah. Ja. Wir hören ja besser auf, ne? Boah, das geht ja immer noch. Guck mal, zugemauert. Warte. So jetzt. Guck mal, das ist wie so eine Sauna hier. Rauchen verboten. Ist das cool mit den ganzen Geräuschen rum. Das wurde hier gemacht in dem Raum. Ah, das ist Manfred. Da, guck mal. So ein Container so angehoben. Ah. Was ist da rum drin? Finden wir es raus. Ist der Geist von dem Erstochenen noch hier bei uns? Ja. Alter. Ich möchte raus. Ich hab was. Ey, was macht ihr da? Scheiße, ich möchte jetzt raus. Security. Rauskomm. Ich möchte raus. Fahrrad. Ich möchte raus. Was hat doch da jetzt Grumpel? Hast du doch nicht gehört oder was? Ja, ja doch. Natürlich hab ich das gehört. Okay, wir cykeln langsam und vorsichtig zurück. Okay. Gehen jetzt an, ihr frees. krass alter ja ganz entspannt ja wir gehen noch jetzt hier raus ganz langsam und geordnet oh nein wir kommen hier nicht mehr raus oh Leute, da war zu jetzt schreit der andere raus ich höre die ganze Zeit Sachen hier wir müssen da raus Leute das Fahrrad dass sie das überlebt haben da war da einer und der wollte halt wieder abhauen ok Leute, wir müssen gehen die Flur die Flur die Flur ja wickel Untertitelung. BR 2018